ich mal laufen jetzt ob die aufs klo müssen ok dann ja dankeschön ich glaube das war das hier punkt captain nein captain die maus es nervt mich immer noch das wird gescheiß dass man die scheiße nicht mit wo ist er denn da mit mausrad drehen kann wechseln kann die kraft mann sprachfehler die waffen ich glaube ich muss da hoch habe ich so den verdacht ja 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 die haben sich gerade selber weggesprengt die spaßdienst hier muss man auch erst mal hinkriegen ist da noch irgendwo einer oder ich glaube wir müssen da mal reingucken was da so drin abgeht wir sind so ein bisschen lost mit der arme das ist der Bereich ok geht abwärts was ich muss dann wieder reinkommen das ist immer eine andere aiming steuerung als destiny oder so das fühlt sich immer komplett fühlt sich einfach komplett anders an alter ist meine maus laut und meine tastatur wenn ich mal die kopfhörer mit so halb auf habe mega laut also ich bin ja nicht dessen ich kann ja nicht springen die ist noch gesperrt die tür ich weiß gar nicht ob man das mal so hört äh scheide ich doch ein bisschen egal 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 wir hatten hier spaß gehabt okay hier hat jemand richtig spaß gehabt hier hat jemand richtig eskaliert ja aber auch ja ich bin ja ich bin ja kein destiny ja so sieht es auch im alt aus das klingt aber nach einer pistole die da nachgeladen hat das ich bin ja das der 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 Kannst du mal aufhören? Okay. Ich werde keiner von euch. Moin, Skiller-Killer. Du, du Jungen, ich hab dich auch schon länger nicht mehr gesehen. Was ist los? Magst du mich nicht mehr? Ja. Es ist ganz schön ruhig hier, hab ich auch hier. Cutscene. 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 Aber wieso müssen wir den Käpt'n schon wieder befreien? Haben wir den nicht erst für einen aus dem Gefängnis geholt? Wir machen uns Platz? Oh mein Gott! Ruhig bleibe! Ruhig bleibe! Zeigt sie nicht! Elien mäßig! Ist das wie bei Elien? Eeeh! Ist ja ekelhaft! Sieht ja aus wie bei Elien! Wo sind wir? Mama Mama geht weg Ich mag euch nicht Fick de Scheiße Muss doch alles nicht sein Alles unnötig ey Mama die sind eklisch Ich höre sie immer noch Hilfe Das hört ihr nicht mehr auf Ich übertreibe hier auch gerade ein bisschen muss ich mal sagen Aber ich muss ja jetzt hier Leute ich muss jetzt hier so voll Drama und so Ich muss ja auf Youtube und so Drama mäßig rüberkommen Hallo Kleiner Wo ist er denn hin? Das hört doch noch ein Das hört doch noch ein Also irgendwo ist ja noch einer Deswegen geht ihr an die Tüter noch nicht auf Oben sind noch welche drin Aaaaaaah Nein Geht weg Ich mag euch nicht Ich hab schon Freunde Auch wenn sie nur virtuell sind Ah die können ja auch springen Was zum Teufel ist das? Oh yeah Wo ist er hin? Ich hoffe ihr seid jetzt alle richtig wach So Wo ist einer? Oh Hier Ernsthaft das ist schon ein bisschen eklig oder? Das stimmt ja mir doch zu Das ist halt so ein bisschen was Horror mäßig ist hier wie er heißt Ähm Alter ist es Ich komme nicht auf den Namen wie das Wie das Spiel heißt Oder ist es in dieser Raumstation Wo nicht Alien Isolation natürlich nicht Aber was in irgendeiner Aaaaaaah Dead Space So ein bisschen Dead Space mäßig ist was gerade Oh 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 Hat er nicht geschafft Oh Ja Au Aber was zum Teufel Ist das Ach nee Das war beim Mass Effect wo ich mal ein paar Minuten speichern musste Äh Äh Ich finde es ein bisschen doof dass hier einfach keine Map vorhanden ist damit man weiß wo man langlaufen muss Aber da hier ja alles zu ist Aber da hier ja alles zu ist Denke ich dass wir doch wieder in die Richtung gehen wollen Was ist das? Äh 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 Er ist gestackt Au Also das hat mir genauso weh getan wie ihm Das war dann bis der Schild wieder Was ist das? Oh 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 Was ist das? Man schießt doch nicht auf mich, Jungs! Wie lange die Granaten brauchen zum explodieren? Ist ja auch wieder... Ich hab hier irgendwie... Geräusche als Pino was, das ist ja hier dahinter, ist was. Die Frage ist, wo geht's hier weiter? Die Frage ist, wo geht's hier, das ist rot, das ist gesperrt. War hier ein Jump'n'Rand oder was? Noch nicht. Ein Shotgun ist das? Alter, wie schnell der nachlädt! Völlige Eskalation! Was zum Teufel! Nimmt grad so ein bisschen horrormäßig was an hier! Oh Gott, der hat die Waffe an, ey! Schengel irgendwo! Hier sieht aus wie der Fahrstuhl hier! Ah ja! Ah ja! Ah ja! Waaah ja! Waaah ja! Waaah! So, Ruhe jetzt hier! Ist ja auch wohl viel! Ich hör doch hier noch irgendwo eins. Ach da. Okay wir sind mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Da muss ja hier irgendwo eine Tür gehen. Ich gehe mal davon aus, da waren eben diese Behälter umgekippt, dass wir da hochklettern müssen. Oh ne da ist noch ein Schild. Okay wo geht es dann hier? Wo könnte es weitergehen? Wo ist hier eine Tür? Hier ist eine Tür. Ich bin unsichtbar. Wie können die mich sehen? Ich bin Ich bin ein Schild. Ich bin ein Schild zu dem die schild zu. Ich bin ein Schild. Ich bin ein Schild. und 투 gar nicht hin. Sie sind nicht die schlausten, das haben wir schon festgestellt. Alter! Ich will wissen, was hier passiert ist. Warum höre ich sie immer noch so? Ich muss da unten drüber sein. Alter, das ist ekelhaft. Oh, hi! Okay. Where is it, August? Okay. Okay. Und dann ist Ruhe hier. Mann. Warte mal, da drüben ist da bestimmt irgendwas. Ah! Fuck! Ich dachte, das ist halt doch eine Sekunde länger, wenn ich gerade springe. Das ist ein bisschen eklisch. Ich glaube ja, dass da hinten irgendwas ist, was vielleicht... Ich glaube, da ist noch so ein Schildding. Kann man drauf verzichten. Ich komme auch so sehr gut mit dem Spiel, klar. Was? Wo? Ich habe gerade einen Schein bekommen. Ja? Ach, die machen unter mir Schaden. Ach, die machen unter mir Schaden. Das ist eklig alles. Das ist wahrscheinlich langfristig eh da runter. Ich habe mir die Arme weggesprengt. Damit hat er weiter nicht gerechnet. Ich bin echt so ein bisschen an Dead Space gerade. Ah! Halt die Fresse jetzt! Du bist tot. Hallo, du bist tot! Ah! Ich dachte, ich sehe dich nicht, aber was? Da scheinen viele hinter zu sein. Komm! Schön, dass du die geschlossene Tür getötet. Oh nein, ich bin kein Klitscher. Nein, 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 nein. Ah! Ich bin kein Klitscher. Oh! Ist doch gar keiner! Hä? 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 Hallo? Sind wir reingekommen? Ja. Hä? Ach, da oben? Komm! Sehr verrückt. Wir kommen mal hoch. Walla! Pipi! Die! Ja, Moment, von hier ist aber doch gekommen, oder? Da? Oder? Wenn die gleich mal liegen bleiben würden, das wäre ja egal. Da die Tür kann man nicht rein. Da sind wir reingegangen. Au. Völlig aber eskalieren die Dinger. Okay. Okay. Ich wollte jetzt noch ein paar bisschen Jugendsprache und so. Ihr kennt das ja. Ich komme mal runter, da können wir über alles reden, meine Freunde. Ich glaube, die gehen auch kaputt, wenn die mich angreifen. Da sind doch noch irgendwo vor mir Gegner. Sind wir direkt irgendwo? Ne, ich muss sein. Ah, jump and run kann ich, ey, da bin ich so mega gut drin. Komm ich eigentlich nicht von da gekommen? Ja, von da sind wir gekommen. Ähm, gucken wir erstmal, ob es hier unten noch irgendwelche Türen gibt. Und dann gehen wir mal eine Etage höher. Ich wollte nur gerade meine Unfähigkeiten ein bisschen überspielen, weil das so gucken. Na, vielleicht ist hier noch irgendwas und so. Und hier ist auch noch eine Tür. Musik wird gerade besser. Schöne die Kniescheibe geschossen. Schöne die Kniescheibe geschossen. Ist er schon tot? Jetzt. Er wusste es einfach noch nicht, dass er schon tot ist. Okay. Er wusste es einfach noch nicht. Moment. Hallo? Habe ich dir die Arme weggeschossen, dass er nicht mehr... alle was ist denn die musik hatte so dramatisch war die scheiße aus dem kopf was geht denn mit der musik ab und 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 das muss ich wieder weg und ich habe wieder einen fahrstuhl ach ist das alles dramatisch hier leute aber jetzt geht es nach oben ich will nicht nach oben ich will wissen wie es unten weiter geht komische horror dinge gehen hier vor ich habe schon lange nichts mehr von cortana gehört ähm ich glaube gelber fändlicher nur die ich auch Gott sei Dank sind sie da. Wir irren schon seit Stunden hier herum. Als wir den Kontakt zum Rest verloren hatten, gingen wir Richtung Presspunkt und dann haben uns diese Dinger überfallen. Wir müssen hier raus. Okay, dann. Kommt mit. Ein paar hundert Meter von ihrer Position ist der Turm. Versuchen Sie aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen. Dann kann ich runter und sie aufsammeln. Ah, du willst nur noch ein paar Kugeln einfangen? Ich hat's amit. Ah, 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 ah. Ihr kommt doch nicht mit allen einen Klammern mit den Dinger oder was. Alter. Wo haben sie euch denn ausgebildet? Hiya, Lia. Wieso bitte nicht? Da, ein Mark 5. Da ist noch einer. Ich sehe sie. Mist. Düm, 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 düm. Hä? Kannst du mal damit aufhören? Ja. Viel Spaß. Oh, das ist noch einer. Okay. Hallo. Eine Armlänge Abstand. Kannst du jetzt irgendwann sagen, dass all meine Mates tot sind? Oh Gott. Oh Gott. Kein Wunder, dass wir diesen Krieg verlieren. Das war Taster. Was ist das? Was ist das? Hallo. Guten Tag, ich bin der Illuminat von Einrichtung 04, 343 Guilty Sparkle. Jemand hat die Flatt freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige ihre Hilfe. Sehr, sehr gerne. Das hat mir auch gerade geholfen. Chief, ihr Signal war weg. Wo waren sie? Chief, Chief. Vielen Dank.